Hallo und willkommen zu unserer ersten Präsentation von MindWays. Heute will ich Ihnen eine fantastische Möglichkeit und Perspektive geben, wie Sie sofort langfristig Geld verdienen können. Durch unser neues Produkt, das Sie mit MindWays Token bezahlen können, erfahren Sie, wie Sie hier lebenslang Geld verdienen können und sich ein passives Einkommen aufbauen können. Deshalb verfolgen Sie die Präsentation aufmerksam. Es wird sich wirklich für Sie lohnen. Und nun legen wir los. MindWays, the evolution of Web3 Cryptocurrency. Insgesamt gibt es 250 Millionen MindWays Token. 45 Millionen davon haben wir für ein Bonusprogramm ausgegeben. MindWays ist sichtbar auf folgenden Plattformen. CoinBays, DigiCoin, Crypto.com und so weiter. Sie können den MindWays Token traden auf DigiFinex, Bitforex und der L-Bank. Zu meiner Person, mein Name ist Harald Seitz. Mein Hintergrund ist die Finanzbranche. Ich startete mit 19 als Selbstständiger und habe verschiedene Projekte gemacht im Immobilienbereich, Versicherungsbereich. Mit 25 habe ich mein erstes eigenes Unternehmen gegründet und vor zehn Jahren startete ich ein Unternehmen, das weltweit Umsätze erwirtschaftet hat. In 2019 hatte ich dadurch die ersten Erfahrungen auf dem Kryptomarkt. Seit 2020 entwickelte ich MindWays. Der Kryptomarkt ist einer der am schnellst wachsenden Märkte. Es gibt mehr als 300 Millionen User, mehr als 10.000 Cryptocurrencies und der globale Umsatz ist 700 Milliarden jährlich und die Transaktionen sind jährlich 4,83 Billionen. MindWays ist der neue Weg, um Token zu kreieren. Sie können starten mit 25 Token und aktivieren somit unser CTP-System. Wir nutzen den gesamten Kryptomarkt und das Beste daran ist, dass jeder hier mitmachen kann. Ich möchte Ihnen hier das CTP-System erklären. Es geht um die Wallet-Adressen, die es auf dem gesamten Kryptomarkt gibt. Wallet-Adressen sind Konten, die Transaktionen verursachen. Diese Transaktionsgebühr machen wir uns zunutze. Die Wallet-Adressen werden im MindBase-System gespeichert und wenn Sie eine Wallet-Adresse erhalten und diese eine Gebühr verursacht, erhalten Sie diese als Gutschrift. Zum Beispiel 1,50 Dollar. Wenn insgesamt 6,50 Dollar erreicht werden, erhalten Sie einen MindBase-Token. Wir nutzen erstens das Ethereum-Netzwerk, zweitens die dezentralisierten Exchanges und drittens das Bitcoin-Netzwerk. Kommen wir zu Ihrer eigenen Wallet-Adresse. Sie haben die Möglichkeit, Ihre eigene Wallet-Adresse bei MindBase zu registrieren. Jedes Mal, wenn Sie eine Transaktion machen, also eine Kryptowährung überweisen, werden Ihnen diese Gebühren für Ihre neu erschaffenen MindBase-Token gutgeschrieben. Wenn Sie 6,50 Dollar erreichen, erhalten Sie den MindBase-Token. Warum 6,50 Dollar? Es gibt zwei Preise bei MindBase-Token. Erster Preis ist der Entstehungspreis, den wir CTP-Preis nennen. Und der zweite Preis ist der Börsenpreis. Wenn Sie also mit Ihren Gebühren den CTP-Preis erreichen, erhalten Sie den MindBase-Token. Sie können maximal fünf eigene Wallet-Adressen bei MindBase registrieren. Kommen wir zu den automatischen Wallet-Adressen. Hier müssen Sie mindestens zehn MindBase-Token auf Ihrem MindBase-Wallet hinterlegen, um eine Wallet-Adresse automatisch zu erhalten. Da Sie sowieso schon 25 Token gekauft haben, erhalten Sie zwei zufällige Wallet-Adressen aus dem Kryptomarkt, die bei MindBase gespeichert sind. Wie schon vorhin erwähnt, werden die Gebühren, die mit diesen Wallet-Adressen generiert werden, Ihnen gutgeschrieben und Sie erhalten, wenn 6,50 Dollar durch die Gebühren erreicht wurden, Ihre MindBase-Token. Sie können maximal 20 Wallet-Adressen mit Hinterlegung von MindBase-Token erreichen. Für 20 Wallet-Adressen brauchen Sie 550 MindBase-Token. Hier sehen Sie, wie Sie die 20 automatische Wallet-Adressen erhalten können. Um 1 bis 5 Adressen zu erhalten, brauchen Sie jeweils zehn MindBase-Token auf Ihrem MindBase-Wallet. Bei 6 bis 10 sind das jeweils 20 Token, bei 11 bis 15 sind es jeweils 30 und von 16 bis 20 jeweils 50 MindBase-Token, die Sie hinterlegen müssen. Um 20 Wallet-Adressen zu erhalten, brauchen Sie also 550 MindBase-Token, die Sie in Ihrem Wallet hinterlegen müssen. Sie haben eine weitere Möglichkeit, um Wallet-Adressen zu erhalten mit dem Interconnected Wallet. Hier müssen Sie weitere 550 Token hinterlegen. Somit können Sie das erste Interconnected Wallet aktivieren. Das bedeutet, mit 1100 MindBase-Token erhalten Sie 40 Wallet-Adressen. Mit dem Interconnected Wallet können Sie sich an andere User andocken, die auch 20 Wallet-Adressen haben und erhalten 75% von den Gebühren, die dort entstehen. 25% der Token werden verbrannt. Sie haben die Möglichkeit, bis zu fünf Interconnected Wallets zu aktivieren, sodass Sie insgesamt 120 Wallet-Adressen haben, die für Sie MindBase-Token kreieren. Kommen wir zu Period of Time. Dies ist ein Bonusprogramm. Sie erhalten von 6,50 Dollar 4%. Das sind 26 Cent in der Stunde. Wenn Sie insgesamt 6,50 Dollar erreicht haben, erhalten Sie einen MindBase-Token. Und so funktioniert es. Wenn Sie diese 25 Token einbezahlt haben, startet sofort das CDP-System und startet mit 26 Cent in der Stunde. Wenn Sie 6,50 Dollar erreicht haben, erscheint ein Code. Geben Sie bitte diesen Code in das vorgegebene Feld ein. Dann erhalten Sie den MindBase-Token. Das CDP-System von MindBase hat ein Algorithmus. Je mehr Token entstehen, umso höher wird der CDP-Preis. Dieser fängt bei 6,50 Dollar an und endet mit 793.000 Dollar. Das bedeutet, je höher der Preis, umso länger brauchen Sie, um einen Token zu kreieren. Unser monatliches Verbrennungssystem ist eine Formel und hängt davon ab, wie viele Token in einem Monat entstehen. Wir starteten mit 250 Millionen Token. Jetzt sind es nur noch 247 Millionen. Dies hilft uns, den Wert des Tokens zu erhalten. Um den Preis zu stabilisieren, werden 0,025% der noch nicht erstellten Token verbrannt, wenn der Preis an der Exchange mehr als 10% fällt. Dies startet, wenn der MindBase-Token 6 Monate an der Exchange ist. Kommen wir zum MindBase-Ökosystem. Wir bauen Step-by-Step ein Ökosystem auf, in dem wir Spiele, NFTs und auch Produkte mit einführen. Mit unserer Partnergesellschaft Streak können Sie den MindBase-Token sogar staken. Diese Funktion wird ca. im Frühling 2023 zur Verfügung stehen. Kommen wir nun zu unserem neuesten Produkt, mit dem Sie mit MindBase-Token bezahlen können. Hier bewegen wir uns in einem Multi-Billion-Dollar-Markt. Hier beschäftigen wir uns mit dem Metaverse, mit Avataren und mit Online-Shopping. Wir kreieren eine neue Software, in dem man mit Avataren, die exakt genauso aussehen wie der User, shoppen gehen kann und sich zukünftig im Metaverse bewegen kann. Der Fashion-Markt ist einer der größten Online-Märkte überhaupt. Wachstumsraten zwischen 10 und 20% pro Jahr waren in den letzten Jahren Realität. Schauen wir uns einmal die globale Statistik des Online-Shoppens an. In 2022 hat der globale Markt einen Umsatz von 2,7 Billionen und 775 Milliarden ist der Fashion-Anteil. In 2023 sind das schon 834 Milliarden, 2024 883, 2025 927 Milliarden und in 2026 wird ein Fashion-Anteil von einer Billion erwartet. Das ist ein riesengigantischer Markt. Unsere Vision und unser Ziel. Avatare werden in Zukunft nicht nur für Spiele benutzt, sondern weiterhin auch in dem neuen Medium Metaverse. Es gibt hier unbegrenzte Möglichkeiten. Viele große Unternehmen investieren hier hunderte von Milliarden Dollar. Unser Ziel ist es, Marktführer im Fashion-Bereich mit unserer Software zu werden und zusätzlich wollen wir alle Avatare im Metaverse mit der neuesten Mode ausstatten. Schauen wir uns einmal an, wie unsere Software funktionieren wird. Erstens, Sie müssen die Software von Metastar One downloaden. Wenn Sie die Software öffnen, laden Sie Ihr Gesichtsfoto hoch und geben Ihre Maße ein. Und somit ist Ihr Avatar fertig. Je detaillierter Sie die Maße eingeben, umso genauer sieht Ihr Avatar aus wie Sie. Jedes Fashion-Label erhält die Software kostenlos. Die Dateien werden mit einem Bild verknüpft. Das bedeutet, dass das Online-Label diese Dateien hinter einem Avatar-Bild hinterlegt. Zum Beispiel, der User will eine Jacke kaufen. Wenn der User darauf klickt, öffnet sich die Software auf seinem Computer und der Avatar hat die Jacke an, die er angeklickt hat. Das ist einfach, genial und einzigartig. Nur wenn der User auf die Software klickt, muss der Fashion-Anbieter bezahlt. Dies nennt man Pay-Per-Click. Alle Shopping-Portale werden auf der Webseite www.shoppinguniverse.com in Zukunft angezeigt. Im Moment finden Sie dort die Erklärung, wie alles funktioniert. Kein Risiko für Fashion-Label. Durch eine Statistik wurde ausgerechnet, dass der User sogar 57 Klicks im Jahr ausübt. Es werden jedoch maximal 60 Klicks im Jahr für das Fashion-Label berechnet. Alle weiteren Klicks des Kunden werden nicht berechnet. Die Berechnungen der Klicks werden immer auf ein Jahr begrenzt, sodass es für den Fashion-Anbieter maximal 30 Dollar im Jahr kostet. Hier sehen Sie unsere Avatare. Sie erhalten nach dem Herunterladen einen Basis-Avatar, den Sie nach Ihrem Aussehen verändern können. Auf der rechten Seite sehen Sie, wie die Schablonen und die Dateien aussehen, die die Fashion-Labels von uns zur Verfügung gestellt bekommen. Die Avatare werden nach Alter kategorisiert. Jedoch haben Sie auch die Möglichkeit, weitere Avatare zu kreieren. Zum Beispiel Fantasie-Avatare, wenn Sie in Zukunft einmal wieder im Metaverse unterwegs sind. Wie schon erwähnt, ist unser Ziel für die Avatare, die neueste Begleitung zur Verfügung zu stellen. Das können wir anbieten, da wir sowieso mit den Fashion-Labels zusammenarbeiten. Der Markt ist riesengroß. Zum Beispiel bei Roblox sind im Moment schon 230 Millionen User, die Avatare monatlich verwenden. Damit Sie auch sehen, dass hier richtig Geld ausgegeben wird, zeigen wir Ihnen, dass am 17. Mai 2021 eine Gucci-Tasche auf Roblox für 4.115 Dollar verkauft wurde. Das Besondere dabei ist, dies ist eine virtuelle Tasche. In 2030 werden mehr als 500 Millionen Nutzer im Metaverse erwartet. So, und nun wird es interessant für alle, denn wir kommen zu unserem Kunden- und Partner-Auszahlungsplan. Es gibt insgesamt sechs Einkommensbereiche. Erstens, wenn Sie Mainbase-Token erstellen. Zweitens, dafür erhalten Sie 10% in Token plus 5% USDT. Und drittens, wenn Sie Ihre eigene Glowdrax kaufen. Viertens, wenn Sie Glowdrax empfehlen. Fünftens, als Token-Investor. Und sechstens, wenn Sie globaler Direktor werden. Schauen wir uns zuerst einmal das Produkt an. Jeder kann einen Anteil erwerben. Ein Anteil ist ein Quadratmeter Glowdrax. Dieser kostet 200 Dollar, die Sie wiederum in Mainbase-Token bezahlen können. Es gibt insgesamt eine Million Quadratmeter Glowdrax. Also wie Sie sehen, ist das Angebot limitiert. Sie können zwischen drei Paketen wählen. Single, Multi und Premium Package. Schauen wir uns einmal das Marktpotenzial weltweit an. Wir sprechen hier von Avatar-Shopping. Wie schon erwähnt, 2,7 Billionen ist der gesamte Online-Markt. Der Modemarkt hat einen Anteil von 775 Milliarden. Ausgerechnet durch eine Statistik, die besagt, dass 2.500 Dollar pro Person im Jahr ausgegeben wird, sind das 310 Millionen Kunden im Durchschnitt. Diese kaufen ca. 19 verschiedene Produkte. Was wiederum bedeutet, wenn jeder ein Kleidungsstück kauft und dreimal auf den Avatar klickt, sind das 57 Klicks. Mit einem Marktanteil von 7% wäre der Share 566,20 Dollar wert. Mit einem Marktanteil von 10% sind das schon 794 Dollar. Mit einem Marktanteil von 15% wären das 1.192 und so weiter. Sie sehen, hier erhöht sich der Marktanteil, den wir für die Zukunft einschätzen und natürlich auch der Umsatz, der aus einer vorgegebenen Statistik stammt. Sie können selbst entscheiden, ob Sie einen, 5 oder 25 Shares erwerben wollen. Die nächste Berechnung ist die Avatar-Kleidung im Metaverse. Nämlich, wie schon erwähnt, die Kleidung für Ihren Avatar. Im Moment gibt es schon 50 Millionen User, die schon Produkte und Kleidungen für Ihren Avatar erwerben. Wir haben einen Durchschnitt errechnet, dass jeder User ca. 90 Dollar im Jahr ausgibt. Dies würde bedeuten, bei einem Marktanteil von 7% ist der Share 220 Dollar wert. Bei einem Marktanteil von 90 Millionen und 10% wären das 567 Dollar. Bei einem Marktanteil von 15% sind das 927 Dollar und bei einem Marktanteil von 20% sind das 1.732 Dollar. Sie sehen auch hier, dass die Anzahl der User steigt. Wie wir schon erwähnt haben, werden sich bis 2030 500 Millionen Menschen im Metaverse bewegen. Laut einer Einschätzung von Statista. Wenn wir jetzt beide Komponenten zusammenrechnen, dann hat der Share einen Wert von jährlich 786,70 Dollar. Und wissen Sie noch, wie viel Sie für einen Share bezahlen? Genau, 200 Dollar und das in Minebase Token. Dies ist eine fantastische Möglichkeit, jetzt mit Minebase Token hier zu investieren. Sie können Bonus Cloud Racks erhalten. Wenn Sie ein Interconnected Wallet mit drei Monaten aktivieren, erhalten Sie ein Cloud Rack Share gratis. Wenn Sie ein Interconnected Wallet mit sechs Monaten aktivieren, erhalten Sie zwei Cloud Rack Shares gratis. Das bedeutet, Sie können bis zu fünf Interconnected Wallet kaufen. Bei fünf mal drei Monaten erhalten Sie fünf Cloud Rack Shares und bei fünf mal sechs Monaten erhalten Sie zehn Cloud Rack Shares. Das ist eine fantastische Möglichkeit, um gratis Cloud Rack Shares zu erhalten. Wenn Sie Cloud Rack Shares empfehlen, erhalten Sie zehn Prozent der bezahlten Minebase Token und fünf Prozent in USDT. Je nachdem, welches Paket Ihr Interessent kauft, erhalten Sie Ihre Provision. Hier sind die Details. Für ein Single Paket erhalten Sie 35,3 Minebase Token und zehn USDT. Für ein Multipaket erhalten Sie 171 Minebase Token und 50 USDT. Und für ein Premium Paket erhalten Sie 780 Minebase Token und 250 USDT. Dies sind Ihre direkten Provisionen. Jetzt kommen wir zum passiven Einkommen. Viele Unternehmen sprechen von passiven Einkommen. Jedoch muss immer ein Produkt monatlich oder jährlich bezahlt werden, um dieses passive Einkommen zu erreichen. Hier ist ein reales passives Einkommen möglich. Denn Sie haben hier eine Beteiligung von der zukünftigen Ausschüttung der Cloud Rack Shares. Das bedeutet, wenn der Besitzer der Shares eine Auszahlung erhält, bekommen Sie Ihren Anteil. Dies ist eine zusätzliche Provision. Sie können hier passives Einkommen aktivieren. Für eine direkte Empfehlung erhalten Sie 5%. Diese 5% sind von Anfang an aktiviert. In der ersten Ebene, das heißt, wenn Ihre direkte Person Cloud Rack Shares verkauft, erhalten Sie 3%. Sie können diese Provision aktivieren, indem Sie ein Cloud Rack Share besitzen und fünf direkte Cloud Rack Shares empfohlen haben. Das gleiche gilt in der zweiten Ebene. Sie erhalten noch einmal 2%, wenn Sie 5 eigene Cloud Rack Shares besitzen und 25 direkt empfohlen haben. Dies ist eine Riesenchance, um langfristig ein passives Einkommen zu erwirtschaften. Wir geben Ihnen hier einmal ein Beispiel. Wenn Sie 100 Cloud Rack Shares direkt verkauft haben, 500 entstehen in Ihrer ersten Ebene und 1000 in Ihrer zweiten Ebene. Somit erhalten Sie eine Auszahlung laut unserer Berechnung von 31.464 Dollar. Das sind 2.622 Dollar im Monat. Und wie es sich weiterentwickelt in den Jahren, sehen Sie hier. Bis 2028 wären das 11.073 Dollar jeden Monat. Ich glaube, das ist sehr motivierend, denn dieses Einkommen gibt es lebenslang. Ein zweites Beispiel, wenn Sie 500 Cloud Rack Shares direkt verkaufen, 1000 entstehen in der ersten Ebene und 2000 in der zweiten Ebene, dann sind das schon 6.226 Dollar im Monat. Das sind in 2028 sogar 26.000 Dollar jeden Monat. Das ist wirklich eine fantastische Möglichkeit, sich abzusichern und langfristig Geld zu verdienen. Jedoch kommt jetzt noch ein Punkt, der Sie absolut begeistern wird. Werden Sie Global Director. Dies können nur die ersten 50 Personen erreichen, die die Voraussetzungen erfüllen. Sie brauchen 25 Cloud Rack Shares. 5000 Shares in Ihren zwei Level. Direkt plus der erste Level und der zweite Level. Dann haben Sie den Global Director erreicht. Sie erhalten lebenslang dafür Ihre Provisionen an jedem Share, der in Zukunft ausbezahlt wird. Ich glaube, dass sich das lohnt, jetzt einmal richtig Gas zu geben, um das zu erreichen. So, und nun zeige ich Ihnen, wie Sie beginnen können. Sie erhalten sieben Möglichkeiten, dieses Geschäft zu beginnen. Erstens, Sie kaufen für 12,50 Dollar 25 Mindbase Token, die Sie für die Aktivierung des Systems brauchen. Dann erhalten Sie jeden Monat circa 50 Token. 30 Token aus Period of Time und 20 Token aus den zwei Wallet-Adressen, die Sie dafür erhalten haben. Oder Sie entscheiden sich für 550 Token, erhalten 20 Wallet-Adressen und bekommen jeden Monat circa 150 Token im Durchschnitt. Ab 1.100 Mindbase Token brauchen Sie ein Interconnect Wallet, um 40 Wallet-Adressen zu aktivieren. Je nachdem, für welche Option Sie sich entscheiden, kreieren Sie neue Token und erhalten Ihre Provisionen. Schauen wir uns doch einmal den Verdienst an, wenn der Token in Zukunft steigen wird. Hier sehen Sie wiederum die Option und auch wie sie aussehen würde, wenn der Token bei 5, 20, 50 oder sogar 100 Dollar sein wird. Ich glaube, das ist eine Riesenperspektive für jeden, um hier mitzumachen. Um Ihnen einmal zu zeigen, was passieren könnte und warum der Token steigen müsste, habe ich die nächste Folie für Sie vorbereitet. Das sind die Zahlen aus dem Administrationsbereich Stand 20.12.2022. Es wurden 6 Millionen Token durch CTP erstellt. Es sind 11,2 Millionen aus den 45 Millionen Bonus-Programm-Token im Mindbase-System. Es wurden 1,75 Millionen an Wallets oder Exchange gesendet. Das bedeutet, dass diese Token aus dem Mindbase-System gesendet wurden. Es entstehen im Durchschnitt ca. 7300 neue Partner im Monat. Dies sind momentan die Zahlen. Die neue Situation entsteht dadurch, dass wir unser Produkt, nämlich unser Cloud-Rack-Share eingeführt haben. Im Moment kostet ein Cloud-Rack-Share 353 Token. Es wird erwartet, dass auch in Zukunft 10% der Tokens an die Exchange oder Wallets gesendet werden. Das wären dann im Durchschnitt 500.000 Token im Monat. Also 90% der Token bleiben im System, um neue Token zu generieren. Das ist klar. Wenn aber nur 20% der neuen Nutzer ein Cloud-Rack-Share kauft, sind das 554.000 Mindbase-Token. Dazu kommt noch, dass bisher keiner von den 7300 irgendeine Option als Token gekauft hat. Jedoch muss mindestens jeder 25 Token kaufen, um das CTP-System zu aktivieren. Das wären bei 7300 Menschen 182.500 Token. Wenn also jetzt nur 500.000 Token zur Verfügung stehen und 682.000 Token gebraucht werden, wird sich der Preis anpassen müssen. Wir bringen durch unser neues Produkt eine riesengroße Nachfrage des Mindbase-Tokens auf den Markt. Das bedeutet, der Token muss mittel- und langfristig steigen. Wir haben hier ausgeführt 8 Cloud-Rack-Shares. Diese erhalten Sie bei dieser Berechnung als Bonus für die Interconnect-Wallets. Sie erhalten 4680 Token, wenn Sie die Option 4 kaufen. Wenn Sie direkt 100 Shares veräußern, erhalten Sie 10%. Das sind 3530 Token und 1000 USDT. Wenn wir zum passiven Einkommen gehen, erhalten Sie 5% Direktprovision aus der jährlichen Ausschüttung der Cloud-Rack-Shares. Aus dem ersten Level erhalten Sie dann noch 3% und aus dem zweiten 2%. Ihre Investition ist 800 Dollar für das Interconnect-Wallet. Dafür wiederum haben Sie 8 Cloud-Rack-Shares erhalten. Für die Token haben Sie 825 Dollar bezahlt. Das ist ein Gesamtbetrag von 1625 Dollar. Total erhalten Sie 38.761 USDT und 8.230 Token, die auf Ihrem Wallet liegen. Je nachdem, welche Option Sie wählen, erhalten Sie auch Ihre Provision. Der letzte Punkt, den wir ansprechen wollen, ist, werden Sie Investor bei Mainbase. Dieses Angebot ist selbstverständlich auch begrenzt. Es gibt nur 15 Millionen Token, die dafür vorgesehen sind. Das Mindestinvestment ist 50.000 USDT. Sie erhalten den Token zu einem Preis von 50 Cent plus 30% erhalten Sie an Mainbase Token on top. Ab 100.000 sind das 40%, ab 250.000 sind das 50%, ab 500.060 und ab 1 Million sind das 70%, was Sie noch an Mainbase Token on top erhalten. Und so funktioniert es. Sie kaufen direkt bei Mainbase den Token zum Marktpreis für 50.000 USDT. In diesem Moment sind Sie Investor. Innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie die zusätzlichen Token auf Ihr Wallet. Die Voraussetzungen sind, dass Sie ein Interesse daran haben, den Token zu stabilisieren und den Mainbase Token mindestens 18 Monate halten. Die gesamten Voraussetzungen, um Investor zu werden, finden Sie auf der Webseite www.mainbase.team. Auch hier erhalten Sie Gewinnanteile an den Cloud Racks. Hier gibt es 150 Investmentanteile. Insgesamt wird ein Prozent des Gesamtumsatzes ausgeschüttet. Ein Anteil ist, wenn Sie 100.000 Token besitzen. Der berechnete Gewinnanteil jedes Jahr ist 52.466 USDT laut unserer Berechnung. Neben dem Token ist dies ein passives Einkommen für jeden Investor. So, nun schauen wir uns noch einmal die verschiedenen Einkommensmöglichkeiten an. Sie haben ein Basiseinkommen. Wenn Sie selbst Mainbase Token kreieren. Wenn Sie Mainbase Token empfehlen, erhalten Sie 10%. Wenn Sie Cloud Racks Shares verkaufen, erhalten Sie 10% plus 5% in USDT. Sie erhalten ein passives Einkommen von direkt 5%, 3% in der ersten Ebene und 2% in der zweiten Ebene. Sie haben die Möglichkeit, globaler Direktor zu werden, wenn Sie 25 Cloud Racks Shares selbst erwerben und 5.000 in den ersten zwei Ebenen verkaufen. Und Sie haben die Möglichkeit, auch Investor zu werden. Und nun schauen wir hier einmal Ihre ersten Schritte an. Es ist wirklich simpel und einfach, mit Mainbase zu starten. Erstens, registrieren Sie sich bei Mainbase. Zweitens, aktivieren Sie mit einem Klick Ihre Wallets. Drittens, kaufen Sie Mainbase Token zwischen 25 und 3.300 Stück. Viertens, starten Sie Interconnect Wallets 1, 3 oder 6 Monate. Fünftens, kaufen Sie Cloud Racks Shares. Sechstens, empfehlen Sie Mainbase weiter. Siebtens, nutzen Sie die Landingpage und versenden den Link. So, und nun haben Sie alle Informationen, um starten zu können. Eines kann ich Ihnen versprechen. Wir werden hier mit voller Kraft voranschreiben. Unsere Entwicklung der Software ist schon im vollen Gange und wir sind in Verhandlungen mit Investoren, die 10 Millionen USDT in dieses Projekt investieren wollen. Werden Sie Global Director und sichern Sie lebenslang ein passives Einkommen. Verlieren Sie keine Zeit und starten Sie mit uns noch heute. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg, alles Gute und bis bald, Ihr Harald Fach! 3 5 6 6 7